20-Foot-Aquivalent Unit ist eine international standardisierte Einheit zur Zählung von ISO-Containern verschiedener Größen und zur Beschreibung der Ladekapazität von Schiffen und des Umschlags von Terminals beim Containertransport. Daneben gibt es die 40-Foot-Aquivalent Unit. 1 TEU entspricht einem 20-Fuß-ISO-Container. 1 FEU entspricht einem 40-Fuß-ISO-Container. Ladungstechnisch haben 2 TEU denselben Platzbedarf wie 1 FEU. Die Maße der Container sind genormt. Ein 40-Fuß-Container ist genau 40 Fuß lang. Ein 20-Fuß-Container ist jedoch nur 19 Fuß 10 und 1,5 Zoll lang, weil zwei solche Container hintereinander so lang sein müssen wie ein 40-Fuß-Container, wobei ein Zwischenraum von 3 Zoll verbleibt. Die Breite beträgt einheitlich 8 Fuß. Die Standardhöhe 8 Fuß 6 Zoll ist gleich 8 und 1,5 Fuß. Verbreitet sind auch Höhen von 8 Fuß und 9 Fuß 6 Zoll ist gleich 9 und 1,5 Fuß. Die unterschiedlichen Höhen werden in der Einheit nicht berücksichtigt. Belege Office for Official Publications of the European Communities Glossary for Transport Statistics. Third Edition Luxemburg 2003 ISBN 92-894-4942 XS 85 EC Europa EU Verbreitet 2